Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Ich bin immer noch auf der IFA 2014 und schaue mir hier ein Gerät an, das einige von euch sehen wollten. Es geht nämlich um das Samsung Galaxy Alpha, das ja gar nicht hier auf der IFA vorgestellt wurde, sondern schon ein paar Wochen vorher im August. Es wird auch sehr sehr bald schon in Deutschland verfügbar sein, so die Rede war von etwa Anfang, Ende September. Beziehungsweise das Ganze hier hat auch eine besondere Eigenschaft. Es ist nämlich ein extrem hochwertiges Gerät, was vor allem daran liegt, dass Samsung hier einen Aluminiumrahmen verbaut hat, wie wir hier jetzt gerade ganz gut sehen können. Und das Gerät wirkt einfach nochmal hochwertiger, als das bei früheren und anderen Samsung Geräten der Fall war. Schauen wir uns das Gerät auch auf der linken Seite etwas genauer an. Wir haben hier einmal die Tasten für lauter und leiser, auch aus Aluminium. Die sind sehr sehr hochwertig und der Rahmen besteht aus eluxiertem Aluminium. Auf der Unterseite dann der Micro-USB-Anschluss und ein Mikrofon. Auf der rechten Seite dann natürlich der Power-Button, der auch einen guten Druckpunkt hat und oben der 3,5 mm Klinkenanschluss. Weiter geht's mit den technischen Daten von dem Gerät. Wir haben auf der Vorderseite ein 4,7 Zoll großes Super AMOLED-Display, das mit 1280 x 720 Pixeln auflöst. Leider kein Full HD, sollte aber hier bei dieser Displaygröße auch noch einigermaßen ausreichen, wobei, wie gesagt, meiner Meinung nach wäre hier Full HD besser gewesen. Das Display macht aber einen guten Eindruck von den Blickwinkeln, von der Helligkeit her und so weiter hat es mir definitiv gut gefallen. Ansonsten misst das Gerät 132 x 65 mm, ist 6,7 mm dünn und wiegt 115 Gramm etwa, was definitiv das Gerät auch sehr sehr handlich macht. Das hat mir gut gefallen und wir haben leider nur einen 1860 mAh Akku, da wäre mehr gegangen. Ihr habt die Frontkamera gesehen, hier den Fingerabdruckscanner und die zwei touch-sensitiven Tasten für Multitasking und für zurück. Und damit werden wir jetzt auch schon bei der Rückseite angelangt. Auch hier wurde was verändert, zum Beispiel im Vergleich zum Galaxy S5. Das Ganze sieht zwar ähnlich aus, die Struktur ist aber jetzt nicht mehr so fühlbar, heißt das Ganze ist deutlich glatter, immer noch gummiert, sieht hochwertiger aus, fühlt sich hochwertiger an und passt eigentlich auch ganz gut zu dem Aluminiumrahmen. So in meinen Augen ist das das hochwertigste Gerät, was Samsung bisher so je gebaut hat. Ansonsten hier eine Foto-LED, natürlich die 12 Megapixel Hauptkamera, auf die bin ich auch schon gespannt. Und ihr könnt die Rückseite wieder abnehmen. Leider könnt ihr den wahlweise 32 oder 64 GB großen internen Speicher nicht erweitern. Das ist natürlich ein Nachteil. Uns fehlen noch ein paar technische Daten, die kommen natürlich noch dazu. Als SOC haben wir hier etwas hauseigenes, nämlich den Exynos 5430 Octa-Core mit 4x1,8 und 4x1,3 GHz Kern. Dazu gibt es dann noch 2 GB Arbeitsspeicher, das sollte für ordentliche Performance sorgen. Und wie ich schon erwähnt habe, das Gerät liegt einfach unglaublich gut in der Hand, was mir hier eben so gut gefallen hat. Als Software haben wir hier natürlich Android 4.4 KitKat, wieder mit Samsungs hauseigener TouchWizUI. Ihr seht hier die Menügestaltung, die wir schon vom Galaxy S5 kennen. Allgemein hat sich das softwaretechnisch zumindest auf diesem Gerät nicht wirklich viel getan, was ich hier so auf der Messe sehen konnte. Ich habe es schon erwähnt, das Gerät soll etwa Anfang September bis Mitte September auf den deutschen Markt kommen. Und abschließend kann ich einfach nur sagen, dass mir das Gerät auch richtig, richtig gut gefällt. Eben weil es so hochwertig ist mit dem Aluminiumrahmen, weil es auch handlich ist und weil die Hardware an sich ordentlich ist. Ein Full HD Display wäre schön gewesen, wobei auch dieses Display hier einen sehr, sehr ordentlichen Eindruck macht. Das war es auch wieder hier von der Zusammenfassung bzw. vom Hands-On des Samsung Galaxy Alpha. Ihr seht hier auch nochmal kurz die TouchWizUI, aber auf die bin ich ja schon eingegangen. In diesem Sinne, ich hoffe wie immer das Video hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschau, bis zum nächsten Mal. Tschau, bis zum nächsten Mal.